Ah, hat sich Aufnahme verklickert. Ach, die Tina, ey. Ja. Und im Falle des Falles, ah ja. Also eine noch und dann ist Kößchen so nass, dass ich nichts mehr machen kann. Wir müssen hier reinlegen, ey. Ey, da fehlt eine. Da drin ist eine. Jetzt hör auf, uns so ein Zeug zu erzählen, Tina. Nee, wir haben eine noch nicht. Ja, eine lag auf dem Tisch. Hä, warum müsst ihr jetzt weg? Ja, weil ich den benutzt habe da hinten. Oh, verdammt. Guckt euch mal auf den Boden. Was heißt denn, Affe? Ey, hier kann man jetzt rein, die Türen sind offen. So mit dem Zeichen. Boah, Alter, ey, 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 ey. Oh, Tina, da zieht ihr jetzt aber allein. Scheiße. Ey, komm hier nicht. Ja. Scheiße. Ja, das ist ein Zeug. So mit der Türen, die Türen... Und sie sind keine Türen. Und sie sind nicht mehr. 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 Hallo? Okay, im schlimmsten Fall killt mich jetzt was. Ah! Voll rein gerannt, Tee, echt. Aber volle Kanne. Tobi? Kay? Wo seid ihr? Tobi? 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 Okay. Das ist das hier. Wo sind die hin? Das ist ja mal ein Scheiß-Labyrinth. Hallo, Tina. Hallo? Hallo, Tina. Das ist ja mal ein ekelhaftes Viech. Das ist noch schlimmer. Du öffnest verschiedene Töne, kannst dann durch die Gegend laufen. In diesen Tönen steckt ein weiteres Labyrinth. Und ja. Ja, so ist es mir auch gegangen. Dann wusste ich nicht, in welche Richtung. Und dann habe ich was gehört. Und dann renne ich los und folge dem in die Arme. Ja, wir hatten jetzt das Problem auch. Wir haben geschrien, sind gerannt. Und ja. Lass uns mal... Wenn nicht so weit vor sind, bin ich wieder weg. Lang gehen. Also, wir sind hier lang. Ich wollte ja eigentlich einen Schnaps trinken. Hier lang? Okay. Halt'n, du bist so weit vorne. Stopp. Jetzt bin ich fast in dir drin. Ach ja. Nicht, dass wieder das Gitter zwischen uns ist. Ich sag dir's. Vor allem, ich schrubb immer an der Maus so rum. Das ist dann echt übel. Ja. Toll. Da lang. Okay. Hallo? 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 Okay. Ich häng fest. Stopp, 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 stopp. Irgendwo sind sie. Die stehen vor irgendeiner Tür. Wenn ich das so richtig sehe. Wenn ich's verfolge im Stream. Das ist voll echt übel. Mein Gott. Wollen wir da nicht gerade schon mal? Da kommt was. Äh, hörst du? Toll. Naja. Was soll's? Schon wieder. Dafür muss die Kay jetzt leidig. Ähm. Maxim? Ja. Ach, wir standen ineinander drin. Da geh ich nicht noch mal rein. Was? Wenn du dich so ruckartig rumdrehst. Da geht's auch rein. Ich lauf mal weiter geradeaus. Okay. Wir laufen mal geradeaus. Ach, das war ja hier dieses Sackgasse. Na. Jetzt renn du in die andere Richtung. Lass mich stehen. Stopp, da kommt doch das Ding dann gleich hoch. Ja. Hallo. Hi. Seid ihr geradeaus, oder? Wir wurden getrennt. Äh. In dem Gitter. Was? Ja, wo bist du denn? Hier. Wo ist denn hier? Ach, da. Äh. Wo lang laufen wir? Weiß ich nicht. Ach schön. Alter, mich hat das hier jetzt schon zweimal gekillt. Mich schon dreimal, glaube ich. Äh. Wir müssen auf jeden Fall nach unten kommen. Ah. Was? Wo? Wo? Wo bist du hin? Wo ist der? Wo ist nicht? Kann man da nicht einen wie Nischigen und das Licht ausmachen? Nee, der rennt hier hinterher. Da ist das Gitter. Ja. Oh, genau. Lass uns mal hier lang laufen. Geradeaus vielleicht? Nö, nö, nö. Geradeaus kann ja jeder. Alter, ich sitze hier sogar... Ah! Oh, scheiße. Scheiße. Ich schon wieder, ey. Das Spiel versucht uns zu treffen. Mein Herz. Mein Herz. Das ist nix. Nix für mich hier. Echt. Ah, nicht wegrennen. Warte. Bleib stehen. Ja, wer wo? Ich hab die zweite Tafel und einen Schlüssel gefunden. Alles klar. Na, sauber. Na, sauber, komm hier. Dann laufen wir wieder zurück. Wir treffen uns an der Eingangshalle. Die waren gerade zwei Stück waren hinter mir. Also müssen wir... Entweder gehen wir jetzt drauf, dann sind wir sowieso da vorne. Ja, wir gehen jetzt hier runter, ne? Ja, warte. Toll. Scheiße. Nett. Oh, scheiße. Kann ja nur um, xin. Na, ganz prima. Ich mit meinem Orientierungssinn gleich null. Toll. Hey. Wohin? Wo seid ihr? Hier. Wo bist du? Hier. Wo muss ich denn hin? Ich weiß nicht, wo du steckst. Hier. Ha! Ach, endlich. Also ich bin dem Vieh gerade direkt in die Arme gelaufen. Ah, okay. Ich konnte wegrennen. Ich stell mich jetzt zum Feuer hin. Sind wir hier richtig? Keine Ahnung, aber da ist Feuer. Nein. Nein. Wir... Ich hab keinen Orientierungssinn. Nicht wegrennen! Warte auf mich! Ich will nicht wieder getrennt sein. So, wo... Ja, hier. Wo muss ich hin mit der... Wir haben die schon eingesetzt. Ach, ihr habt die schon eingesetzt. Okay, gut. Ja, wir können jetzt hier hinten runter. Wo hinten runter? Ja, hier hinten. Boah, leck mich am... Ich bin dem Vieh gerade direkt in die Arme. Und ich drehe mich gerade um. Oh, da ist weg. Eine Sekunde. Ja, so... Wir können jetzt hier. Oh, Mann, Mann. Okay. Jetzt... Aber... Zackig. Naja, Feuer. Das ist schon mal schön. Ja, wenigstens mal hell hier. Da müssen wir auch uns, äh... Wir sind ja schon vom Feuer schon wieder weg. Feuer. Ja. Oh, mein Gott. Auf jeden Fall. Ja! Scheiße! Könnte das mal bitte aufhören? Okay! Ja. Lass mich nicht allein. Ratsack ich's. Ich bin jetzt ein bisschen allein. Ich muss auch schneller hinterher rennen. Tina! Ja, wo bist du? Hier. Was heißt hier? So, lauf mal zurück. Wo du gerade, äh... Ah. Man dreht sich hier. Ein Moment um und schon ein bisschen weg. So. Oh, okay. Ähm. Moment, nicht laufen, nicht laufen. Wenn, dann zusammen. Eins, zwei, drei, jetzt rein. Eins, zwei, drei, jetzt rein. Ähm, das ist eine gute Frage. Sag bitte rechts oder links. Komm, wir machen rechts. Ich glaub, die sind hier irgendwo in der Nähe. Ah, jetzt kommen wir wieder hier rum. Boah, ey, das hört aber auch nicht auf. Ach, da sind sie doch. Ja, wir sind schon am Rätseln. Oh mein Gott. Und genau das da. Oh, das da. Alter, mein Herz. Also, ich werde mir jetzt einen Kaffee machen. Oh, Alter. Was war das denn jetzt? Leck mich am Arsch. Das kann er doch nicht machen, wenn ich am Rätsel bin. Hat euch auch ein Schwein getötet? Ja. Oh mein Gott. Nee, ne? Doch, wir müssen wieder da hinlaufen. Ich glaub, wir dürfen dich zu oft verkacken, kann er sein? Ja, das kann sein. So, also ich würde eine kurze, kleine Pause machen. Gut. Dann machen wir jetzt allgemein eine kurze Pause. Ich pausiere die Aufnahme, gehe meine Windeln nochmal wechseln und ja. Genau. Ja, ich mache uns gleich wieder. Das mache ich auch. Bis gleich. Meine Tochter hat voll mit Leid mit ihr. Da tut sie gut dran. Ich brauche mal noch einen warmen Schluck Tee, weil mir ist eiskalt. Ich habe auch eiskalte Finger. Ich ziehe da hier. Das ist nicht mehr schön. Aber ich muss sagen, es macht noch mehr Spaß. Also so das Vorgeplänkel war schon geil, aber das hier, das ist ja echt Horror pur. Ja, diese, diese Katakombe hier sind krass. Aber ich sag's dir, wenn ich die halbe Stunde voll habe oder wenn wir das geschafft haben, das scheiß Rätsel, dann reicht mir das. Ich bin fix und alle. Wir müssten aber das Chapter beenden, sonst müssen wir das wieder komplett von Anfang ziehen. Ja, okay, dann beenden wir das Chapter, aber ich bin, ich kann dann echt nimmer. Welches Chapter ist das denn? Ja, gute Frage. Und wenn wir jetzt nochmal in so einen scheiß Gang reingehen, dann stellen wir uns davor alle ineinander rein und gleichzeitig bei drei wird losgegangen. Ich stehe nicht wieder vor so einem fucking Gitter dann. Ja, das ist extra so gemacht. Die wollen uns trennen. Na ja, klar. Das macht es ja gerade aus. Aber die Gitter bleiben ja unten, ne? Ja. Das heißt, irgendwann gibt es keine mehr, die untergehen. Doch, die gehen dann nach einer Zeit wieder hoch, wenn wir das Areal verlassen. Ah. Okay. Da braucht er sich den Kaffee. Hast du das Rätsel noch im Kopf? Die komische, blöde Sau hat mich so erschreckt, ich hab's vergessen. Ja. Und die ist heftig, ey. Ja. Okay, start, geht weiter. Wir haben jetzt beschlossen, wir beenden das Chapter und dann hören wir auf für heute. Ja, es reicht. Hast du schon einen Slip voll, Tina? Tobi hat seine Boxer Shorts auch schon voll. Nee, nee, Moment, ich fahr grad Pipi machen. Ach mein Gott, das Spiel ist doch geil, macht das Spaß. Ja, ist... Mach's mir geschissen. Ja, aber mir geht's nicht mehr so gut. Weiter geht's. Dann lasst uns mal weiter loslaufen. Meine Folge ist in vier Minuten schon wieder ready to start now. Hast du deinen Stream laufen? Nee, wir müssen... Wir müssen doch ganz hinten rein. Moin, ich will hier nicht. Er schon... Ja. Schlecht. Das ist schlecht. Ich mein noch zu ihm. Hast du noch die Planung? Ja, 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 ja. Toll. So. Erstmal komplett hinten durch. Seid ihr noch bei mir? Ja, ihr seid noch bei mir. Ja. Jetzt dürfen wir wieder eins zurücklaufen. Ja, der letzte Tunnel. Hier runter. Seid ihr alle da? Mhm. Gut. Geradeaus. Ja. Geradeaus. Okay. Wow. Alter. Scheiß, die waren dran. Ey, man rechnet auch nicht damit, ne? Nee. Ich nicht. Ich hab damit grad gerechnet. Ja. Wolland? Hier runter. Ich auch, aber trotzdem bin ich zusammengezuckt. Diesmal nicht gestrien, aber zusammengezuckt. Mein Herz. Fick die Wand an. Noch alle da? Ja. Hier. Ja. Ah. Gut. Wie funkt genuckelt das Rätsel? Äh, lass mich mal machen. Okay, eher machen. Vielleicht mal einer auch beobachten? Ja. Einfach mal. Dem macht Feuer nix aus, oder was? Nee. So weit sind wir gekommen. Ist das so ne Art Memory? Ja, genau das. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Wow. Oh Gott, sieht der scheiße aus. Boah, da kommt Schwanchen dick. Scheiße. Alter. Noch jemand tot? Ja. Gut. Leck mich am Arsch. Dabei bin ich doch in das Dinger reingerannt und hab meine Lampe ausgemacht. Das bringt dir nix. Ja. So. Okay, hat's wohl geschafft, ne? Ja. Ich meine Lampe nicht an. Keine Ahnung. Jetzt. Ja, okay, hat's geschafft. Hey. 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 Okay. Ah, der ist am Rätsel. Ja, ich find das nicht mehr. Hier runter war's. Jetzt müssen wir dicht beieinander bleiben. Alter. Alter. Gut. Der Weg ist schon mal versperrt. Nehmen wir die andere Richtung. Das gibt's doch nicht. Mann. Du schaffst das schon. Folge der Spur aus knicklich dann. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin hier. Wo? Ach da. Wo? Bist du so schnell zu uns gekommen? Ja, ihr lauft gerade an dem Eingang rum. Ja, da ist das. Nein, das tut's warm. Kommt ihr? Kommt ihr?